So, jetzt guck mal, pass mal auf. Weißt du, was ich bemerkenswert finde? Die haben richtig viele Stimmen bekommen. Ich habe sogar gehört, dass 17.000 Menschen diesen einen Typen von denen gewählt haben zum Bürgermeister. Das musst du dir mal vorstellen, 17.000. Das heißt, 17.000 Menschen, die wahlberechtigt sind und die zur Wahl gegangen sind, sind voll der Hass gegen den Islam. Jetzt guckst du, jetzt haben wir hier die Stadtteile von Köln aufgezählt und den prozentualen Anteil. Warum erwähne ich das jetzt mit der Dauer? Weil wir haben eben gesagt, wir gehen von Stadtteil zu Stadtteil. Und jetzt gucken wir hier, ich habe das gestern in Köln vorgelesen und in Köln kommt das natürlich besser an, weil die kennen ja die Stadtteile. Jetzt ratet mal, in welchen Stadtteilen diese anti-islamischen Parteien die meisten Stimmen haben. In den Stadtteilen, wo die meisten Muslime wohnen. Jemand zu Hause? Wie funktioniert das? Hier in Mühlheim, in Mühlheim, da wohnen, da wohnen 40% Ausländer. Ich war gestern, wir waren gestern dort gewesen, wir waren gestern dort gewesen, wir wollen essen gehen abends, zum Iftar in so einer Straße dort. Da brauchst du kein Deutsch zu sprechen, in dieser Straße. Aber das Traurige ist, dass die Leute da so den Islam praktizieren, dass du da wirklich nur so durchgehen kannst. So, au du will, au du will. Dass die Frauen dort schlimmer angezogen sind, als die deutschen Frauen. Wirklich. Aufreizender kleiner als das. Da kannst du gar nicht hingehen. Im Ramadan, okay, da machen wir uns jetzt ein bisschen schick und dann gehen wir jetzt in der Kolbstraße essen. Das ist zum Heulen. Und wie viel Prozent haben die da? Glaubst mir, du brauchst in dem Stadtteil kein Deutsch zu sprechen. Brauchst du nicht. Da ist, jeder Laden ist da irgendwie nichts. Die haben in diesem Stadtteil 6,6% Stimmen. Weißt du, was das heißt? Die haben hier alle Parteien geschlagen, außer FDP, Grüne, SPD und CDU. Ansonsten alle Parteien klar hinter sich gelassen. Das musst du dir mal vorstellen. So eine kleine Wald- und Wiesenpartei. In dem Stadtteil, wo 40% Ausländer sind. Das heißt, 40% der Ausländer, die wählen ja keine rechtsradikale Partei. Aber du musst dir vorstellen, die Deutschen, die dort sind, die haben alle die Schnauze bis hier oben voll. Warum? Weil die Muslime sich benehmen wie die letzten Henker. Hier. Kalk. Genau dasselbe. Hier. 7,2%. Ihr müsst mal, wenn ihr auf YouTube geht, müsst ihr mal, da ist damals, Salih ist tot. Müsst ihr mal eingeben. Seht euch das Stadtteil an. Ja. Da ist wohl jemand gewesen. Ich weiß jetzt nicht, was stimmt, ob er getötet hat oder ob es anders war. Jedenfalls, ein jugendlicher Muslim wurde getötet. Mit einem Messerstich. Wie gesagt, ich war nicht dabei gewesen. Möge Allah sich dem Bruder erbarmen. Aber Fakt ist, dass der Deutsche gesagt hat, der hat mich angegriffen. Und die Polizei hat das ihm geglaubt. Und die anderen haben gesagt, nee, das stimmt gar nicht. Aber vom Profil her, verstehst du, du weißt nicht, was jetzt wirklich wahr ist. Aber du siehst dir dann dort die Straßen an. Wie gesagt, Möge Allah sich dem Erbarmen. Wir wissen nicht, was stimmt, ob das jetzt stimmt, was der gesagt hat oder das, was die Leute sagen. Aber vom Profil her, das sind Szenen, die überall passieren können. Und die in diesem Stadtteil vorkommen. Und dann siehst du dort jemanden, ja, von Muslimen. Und dann steht der dort, ich kann es gar nicht in den Mund nehmen. Ey, die, 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 die Deutschen, ey, ich, äh, die, äh, die, äh, die, verstehst du? Ach ja, stell dir doch mal vor, so was schaut sich einer an. Die schlimmste, ich kann ja, ich, guck mal, guck mal. Ich weiß genau, was der gesagt hat. Ich konnte jetzt keinen einzigen Satz von dem sagen, was der gesagt hat. Nur, die Deutschen, die, die, ich, Deutschen. Und das ist ja da vor der Kamera am Schimpfen, achi. Super, und da kommt ein alter Opa vorbei und der sagt, ja, hier wart ihr hier für die Sau raus. Das würde ich keiner verstehen. Bruder, weil ich komme selber aus diesem Schrott heraus. Und kenne das doch. Jetzt mal ganz ehrlich, achi, ich war früher Fußballspieler. Ich bin früher, ich hab früher Fußball gespielt. Ach, achi, je nachdem, in welche Stadtbezirke wir gefahren sind, da mussten wir uns bewaffnen, hör mal. Wenn in irgendeinem Stadtteil was ist. Es ist einfach eine Tatsache. Das heißt, wie willst du mit diesen Leuten, deswegen sage ich, guck mal, ihr müsst in diese Stadtteile gehen, damit sich gerade auch in diesen Stadtteilen nicht dieser Hass bildet. Ihr müsst mit diesen Jugendlichen auch, die den Islam so in ein schlechtes Licht werfen, mit denen reden. Weil es muss, jeder muss sein Verantwortungsbewusstsein haben. Und er muss wissen, wenn ich hier eine schlechte Sache mache, ja, Leute abziehe, ja, den Spruch kennt ihr auch, abziehen und bla bla. Ja, das ist nicht nur eine Sünde, das ist auch noch, dass du damit den Islam durch den Dreck ziehst, auf gut Deutsch. Und das muss man sich einfach merken. Und wichtig ist, und du siehst immer wieder, die Leute, die Kontakt haben mit guten Muslimen, die werden niemals diesen Hass entwickeln. Dann weiter, Porz. Porz, hier wohnen nur Muslime fast. 7,6%. Chorweiler, 8,2%. Nippes, 6,2%. Ehrenfeld, 6,3%. Sagt euch nichts. Das sind alles die Viertel, wo die Ausländer wohnen. So, jetzt gehen wir in ein Viertel, wo kaum Ausländer wohnen. Lindenthal, oder weniger zumindest, das heißt kaum weniger Ausländer, 2,9%. Guck mal, der Unterschied. Weißt du, was das heißt? Für 3% Stimmen, für 3% Stimmen, guck mal, da macht die CDU ein Salto rückwärts, um 3% mehr Stimmen zu gewinnen. Kannst du dir vorstellen, hier, in diesem Stadtteil, wo die ganzen Ausländer wohnen, da haben die 8,2%. Und in einem Stadtteil, wo weniger Ausländer wohnen, haben die 2,9%. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das sind 5% Stimmen. Das ist Wahnsinn. Wie gesagt, das ist jetzt nicht hier Politikstunde, sondern, wie gesagt, ich habe das erwähnt, damit wir sehen, wie teilweise die Muslime dem Islam schaden. Wie die Muslime teilweise dem Islam Schaden anrichten. Oder wie sie dem Ansehen der Muslime Schaden anrichten. Und deswegen, wichtig ist, man muss auf die Menschen zugehen.